Hallo und grüß euch zu meinem neuen Video. Das ist heute mein erstes Video was ich wieder mache und ich bin länger nicht mehr dazugekommen. Es war viel los 2023. Zu viel, wirklich zu viel. Und jetzt habe ich gerade ein bisschen Zeit und habe mir nicht gepasst. Lange es einfach wieder ein nächstes Video aufhören. Ich war natürlich jetzt wieder beim Thalia und das so oft jetzt überall auf Instagram, TikTok gesehen, dass ich mir gedacht habe, ich muss das jetzt auch haben. Und habe mir ein Buch gekauft und ich finde das so geil einfach. Es ist ja so ein Bausatz. Und ja, schauen wir mal ob ich damit überhaupt klar komme, weil ob ich die Geduld dafür habe, dass ich das mache. Ja, ich habe mir das vorgenommen, dass ich ein bisschen runter komme ab und zu und dass ich mit dem anfange. Ich halte dich am Laufenden, wie es mir dabei geht. Dann sind natürlich dann zwei Bücher bei mir eingezogen. Die habe ich unbedingt tun müssen. Das neue Buch von Mona Carsten hat so den geilen Buchschnitt. Also das Buch ist ja echt der Hammer finde ich. Und ich freue mich irrsinnig drauf. Ich habe es überall gesehen und ich liebe es jetzt so. Ja und natürlich habe ich mir gedacht, okay, das Buch muss ja unbedingt mitnehmen. Und das war natürlich der neue King. Zu King glaube ich brauche ich gar nicht mehr viel sagen. Meister des Horrors. Hinten steht gar nicht viel oben beim Klappentext. Aber in dem, dass ich ein riesengroßer King-Fan bin, habe ich mir gedacht, gut, ich habe eine gute Szene gehabt. Das muss unbedingt mit. Und ich freue mich irrsinnig, dass ich es lesen darf. So meine Lieben, das war es auch schon wieder. Ein kurzes knackiges Video von mir und ich hoffe ihr besucht mich auf Instagram und lasst auf YouTube ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Fiat euch.